hallo und herzlich willkommen freunde zu let's play harry potter puzzle and spells die vorteile werden ausgelöst wenn der zauber das erste mal ausgelöst wird dann starten wir gleich ich habe jetzt gerade aus versehen schon die tagesbelogen eingesammelt starten mit rätsel schokofröschen schmecken großartig du musst sie nur zuerst fangen sobald sie frei sind kombinieren erneut edelsteine neben den schokofröschen um sie anzusammeln noch einer und dann haben wir ihn schon rätsel nummer 11 abgeschlossen starten mit rätsel 13 verstärkungen sind auch im rätsel probiere so viele aus wie du möchtest magie schlag das macht ein ding weg hier die reihenboge nach einem so strich durch die zerstörungsboge geht von oben nach unten und die die farbtilke nimmt alle steine derselben farbe ein und damit haben wir das rätsel 13 abgeschlossen kommen wir zu rätsel nummer 14 und dann haben wir den so und dann hier noch geschwäst und geschafft Er ist Lundervo 15. So, sehen wir mit dem jetzt mal. Wingardium Deviosa. Sauber. Tschüss. Die geben wir hier wieder hin. Und... Szene abgeschlossen. Szene abgeschlossen. Da ist nur ein Dreiviertel. Fertig. Hogwarts Express. Wetzel 16 bis 30. Neue Herausforderungen. Kobelstein, Birdiebots, Bohne und der Hackgrid. Jetzt hören wir mal zu, was denn so zu erzählen hat. Aha. Also. Letzte 16. Los geht's. Mein Bruder Percy hat mir sein altes Kobelstein-Set gegeben. Meine Mutter hat ihn gerufen. auch immer noch nicht aus meinen Roben herausbekommen. Kurbelsteine blockieren dein Rätsel. Entferne sie, um Platz für Kombinationen zu schaffen. So. Jetzt nehmen wir hier noch das Süßli-Päckle. Und geschafft. Sieg elf Zügel übrig. Du hast den Karten, um dein erstes Kartenpaket zu öffnen. Dann machen wir das jetzt mal. Tippe hier, um dein erstes Kartenpaket zu öffnen. Sternenpaket. Enthüllen. Schurkofrosch. Enthüllen. Reisekoffer. Enthüllen. Aufnahmeprief von Hogwarts. Einsammeln. Drei Karten fehlen mir noch, dass wir die Ratte freischalten können. Einige Rätsel erfordern einen Zauberspruch, um sie abzuschließen. Suche nach Gelegenheiten, neue Zaubersprüche freizuschalten. Tippe mal da. Dieses Rätsel jetzt ab, um einen neuen Zauberspruch freizuschalten. Sammeln sie alle. Zum Fahrradfahren tippen. Machen wir das. Speed Ahoy. Jetzt haben wir beide. Kombiniert die zwei, wie ist die Säcke? Zerstört es alle. Ähm, Dings. Alle Blöcke. So. Fehlen uns noch ein paar. Ja. Jetzt heiße ich grad nicht weiter. Jetzt geht's weiter. Und geschafft. Sieg. Wir hatten nur noch fünf Züge übrig. Das war jetzt ein bisschen knapp. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir Zauber mehr bekommen. Tippen. Kollovaria. Du hast folgenden Zauber freigeschaltet. Kollovaria ändert die Farbe der Edelsteine zur Farbe des Zieles des Rätsel. Sieh dir alle deine Zaubersprüche im Profilbereich an. Gut gemacht. So, dann schauen wir uns das mal an. Profil. Kollovaria. Nutze ihn, um die Farbe eines Edelsteins im Rätsel zu verändern. Derzeit sind keine Vorteile verfügbar. Rätsel 80. Starten. So. Ich mach mir jetzt mal das. Kollovaria. 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 Ah, cool. Der macht jetzt die Glücke alle zu Gelbe. Die Gelbe braucht mehr für das Level. So. Wir filmen uns noch drei Fröschen. So, noch zwei. Und da hatten wir der letzte. Rätsel 18 abgeschlossen. So, starten. Wenn sie sagen, jede Geschmacksrichtung, dann meinen sie jede Geschmacksrichtung. Mein Bruder George schwört, er habe mal eine mit Popelgeschmack gehabt. I. Dann drücken wir mal auf Fortfahren. Oh, ist ja cool. Ganz viele Birdpots Bohnen. Kombiniere neben den größeren Bohnen, um ihre Geschmacksrichtung zu enthüllen, um sie einzusammeln. Machen wir das mal. So, wir müssen jetzt Züge neben denen machen, dass wir an die größere Bohnen drankommen, die farbige. Und die brauchen wir. So, noch drei Stück. Und da haben wir sie. 13 Züge übrig. Ja, voll. Stufenaufstieg. Level 4. 300 Goldstücke. Lebensaufhüller. Einsammeln. So. Danke fürs Ansehen. Ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen. Und übermorgen kommt auch schon die nächste Folge. Ich wünsche euch noch was. Schaut gerne in der Infokarte mal vorbei. Da gibt es auch noch weitere spannende Videos. Und tschüss. Vielen Dank.